Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Club Eistee. Der Club Eistee ist eine Variante des Long Island Iced Tea, einem weit verbreiteten Cocktail auf der Basis mehrerer hochprozentiger Spirituosen. Obwohl sein Name dies andeutet, enthält er weder Eistee noch Tee. Die dunkle Farbe kommt von der Cola. Dieses Rezept beschreibt die Variante für den Club Eistee, wie er in den Studentenclubs der Tu Ilmenau erhältlich ist, bc-Club, bd-Club, bh-Club, b-Club. Für eine Person werden folgende Zutaten benötigt. 2cl Gin, 2cl Tequila Silver, 2cl Wodka, 2cl Heller Rum, z.B. Bacardi Superior, 2cl Zitronensaft, Cola, 4-6 Eiswürfel, Zitronenscheibe als Garnitur. Folgende Utensilien werden benötigt. Weizenbierglas 0,5L, Jigga oder Messbecher. Langer Strohhalm. Zubereitung Die vier alkoholischen Getränke in den Tumbler einfüllen, danach Eiswürfel und Zitronensaft hinzugeben. Dann das Glas mit Cola aufzufüllen, mit einer Scheibe Zitrone garnieren und einen Strohhalm in das Glas stecken. Diese Varianten gibt es. Man kann die alkoholischen Getränke verdoppeln, dabei sollte jedoch der Anteil an Zitronensaft auf 6cl erhöht werden, damit der Alkohol nicht zu extrem schmeckt. Coca-Cola oder Vita-Cola schwarz sind zu empfehlen, jedoch haben Tests mit Afri oder Premium-Cola auch zu einem guten Geschmack geführt. Long Island Iced Tea Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!